Mit dieser Brille schauen Sie in die dritte Dimension. Das passende Bildmaterial dazu liefern Ihnen gedruckte Comics, Internetseiten, Computerspiele oder entsprechend animierte Filme. Das sind keine Bildstörungen, sondern aufwendige 3D-Animationen. Richtig genießen können Sie die aber nur mit einer 3D-Brille. Für lange Freude sorgt dabei auch die stabile Ausführung der Brille. Diese 3D-Brille ist nicht von Pappe. Die hochwertigen Acrylgläser haben Sonnenbrillenqualität. Die reflektionsarmen Gläser sorgen für ermüdungsfreien Seegenuss. Auch Ihre Nase wird nicht belastet. Das federleichte Gestell wiegt gerade einmal 25 Gramm. Aber Vorsicht! Vergessen Sie nicht, die modische Brille abzusetzen, wenn Sie das Haus verlassen. Erschließen Sie sich die dritte Dimension. Diese modische und robuste Brille macht's möglich. Bestellen Sie jetzt. Bis zum nächsten Mal.